Ponyhof TV Hier ist unser Pony, das ist der Jui Und wir wollen Jui jetzt mal von seinem Winterfell befreien Ja, braves Pony, braves Pony Ponyhof TV Heute scheren wir ein Pferd Ja, der Klimawandel Der bereitet dem Islandpferd große Probleme Denn Islandpferde haben bekanntlich Winterfell Und da es jetzt schon im März oder April hier so ein bombastisches Sommerwetter ist Haben wir natürlich das Problem, dass das Pferd aussieht wie ein gerupftes Hühnchen Das Fell muss weg Und dazu haben wir hier eine Schermaschine Und das dazugehörige Maschinenhüll Also müssen wir erstmal hier Da wo Öl draufsteht Müssen wir erstmal ein bisschen Öl reinmachen Die Friseure sind ja noch geschlossen Deswegen müssen wir das mit dem Pferd hier selber machen Und da wo Öl draufsteht Und da wo Öl draufsteht So, alter Junge, mach's so gut, wir müssen hier noch ein bisschen nacharbeiten. Sieht ein bisschen aus wie bei mir, wenn meine Mutter früher das Geld für den Friseur sparen wollte und das selber gemacht hat. Fertig. Na, Joey, was sagst, wie gefällt dir deine neue Frisur? Hm, keine Reaktion. Ja, und so eine Maschine muss natürlich auch sauber gemacht werden und da habe ich meine Zahnbürste von zu Hause mitgebracht. So, der Joey sieht gut aus, ich dagegen bin voll mit Haaren und Maschinenöl. Ja, das ist gut. Ja. Ja, das ist gut. Ja. Ja, das ist gut. Ja. 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 Ruh! Wir hoffen auf D.V.